Viel ist in der letzten Zeit von Argentinien die Rede. Das südamerikanische Land ist nicht nur die Heimat des aktuellen Papstes, auch zahlreiche argentinische Autoren drängen in deutscher Übersetzung auf den hiesigen Buchmarkt. Einer davon ist der 1975 geborene Autor Patricio Bron, der nach einem Studium in Göttingen in seine Heimat zurückkehrte und jetzt den Roman »Der Geist meiner Väter steigt im Regen auf« veröffentlicht hat. Kai Butler hat für Sie reingelesen. Alles beginnt in Göttingen, denn dort hat der in Buenos Aires geborene Autor Patricio Bron Germanistik und Romanistik studiert. Mittlerweile lebt er in Madrid, doch den Ich-Erzähler in seinem Debütroman lässt er rund acht Jahre lang durch Deutschland treiben. Ohne Verantwortungsübernahme, dafür mit vielen Drogen, sodass der junge Mann um sein Gedächtnis fürchten muss. Als er nach Argentinien zurückkehrt, hat dies einen traurigen Grund. Sein Vater liegt schwer erkrankt im Spital. Die erst glücklichen Erinnerungen an seine Kindheit schwinden schnell, als der junge Mann in den Unterlagen des kranken Vaters recherchiert. Er stößt auf die Geschichte einer Frau während der argentinischen Militärdiktatur. Jahre später wird ihr Bruder ermordet. Die Geschichte entwickelt sich zu einem Parallelstrang, der den Leser in die dunklen Zeiten des südamerikanischen Landes entführt und schaudern lässt. Fast wie besessen arbeitet Braun mit unzähligen Dokumenten wie Briefen, Fotos, Akten, Zeitungsartikeln, Träumen und mit den Erinnerungen der Elterngeneration. Mit dieser Collage kommt der Ich-Erzähler dem Geheimnis auf die Spur und erkennt, dass seine Eltern ein gewagtes Spiel im argentinischen Untergrund spielten. Ein gefährliches Spiel, denn die Militärkundte hatte nie gezögert, vermeintliche Gegner verschwinden zu lassen. Die Erkenntnis führt zum Begreifen, dass alles, was er sein Eigen nennt, nur existiert, weil die Eltern den Kampf für seine Generation geführt hatten. Und in diesem Kampf war nicht zuletzt das eigene Leben, keine Selbstverständlichkeit. Und damit nähert sich der junge Mann dem entfremdeten Vater, dessen Leben mit der Krankheit erneut am seidenen Faden hängt. Prons Romandebüt ist ebenso verstörend wie der Titel seines Buches und verblüfft mit dem Stilmittel Collagetechnik, die stets neugierig macht, auf den nächsten Schritt. Die junge argentinische Literatur ist dabei, den Thron ihrer vorangegangenen Generation zu erobern. Mit Patricio Bronn hat sie einen wunderbaren Mitstreiter gefunden. Der Debütroman von Patricio Bronn, Der Geist meiner Väter steigt im Regen auf, ist im Rowort Verlag erschienen. Das rund 220-seitige Buch kostet 18,95 Euro. Sie hörten eine Besprechung von Kai Butler.